Es ist wirklich nicht so, dass die Aktienmärkte noch mehr dringende Nachrichten gebraucht hätten zwischen einem Nahostkonflikt, der immer weiter eskaliert, und den Präsidentschaftswahlen in den USA. Aber diese Woche kommt noch was dazu. Es ist wieder Earnings Season. Und da gibt es jede Menge zu besprechen, wie das aus charttechnischer Sicht aussieht. Das wollen wir uns jetzt genauer anschauen mit Ralf Malisch. Er ist stellvertretender Chefredakteur beim Smart Investor. Hallo Ralf. Hallo Julian. Ralf, lass uns zuerst mal vielleicht auf den DAX schauen, hier in Deutschland bleiben. Der DAX hat sich ja in der vergangenen Woche recht nervös gezeigt, aber über der wichtigen Marke von 19.000 Punkten gehalten. Glaubst du, dass der DAX vielleicht in dieser Woche etwas von dem Schwung von den US-Arbeitsmarktdaten mitnehmen kann? Oder dass hier erstmal doch nach oben vielleicht ein Deckel drauf ist? Ja, schauen wir uns das direkt im Chart an. Also hier erstmal der Tageschart. Man sieht hier ganz am Ende, das ist schon der heutige Montag, die Eröffnung. Da ist von dem Schwung, der von den USA vom Freitag noch gekommen wäre, eigentlich nichts mehr zu spüren. Also da ist der Markt schon etwas, ja, ich sag mal vorsichtiger geworden. Es sind ja viele neue Nachrichten übers Wochenende gekommen. Charttechnisch ist das Entscheidende, dass er sich wirklich über dieser Linie hält. Das hier ist gar nicht die 19.000, sondern das ist die 18.900. Also da knapp drüber liegt die 19.000, die ist definiert durch dieses Hoch. Man hat gesehen, wie umkämpft diese Marke ist an dieser kurzen Phase. Und auch hier dieser Sprung weg von der Marke zeigt eine gewisse Erreichterung, dass man es überwunden hatte oder überwunden zu haben glaubte. Dieser sogenannte Rietest dieser Marke ist eigentlich nicht kritisch. Das ist sogar, will man sogar sehen, dass der Markt idealerweise mit rückläufigen Umsätzen so eine Marke, so eine Ausbruchsmarke wieder ansteuert, so wie man es hier gesehen hat. Dieser Tag ist etwas merkwürdig, da möchte ich nicht einmal ausschließen, dass hier ein Datenfehler drin ist, weil es eigentlich der Tag ist, an dem dieses Allzeithoch gemacht wurde. Aber bis dahin ist das alles noch nicht zu beanstanden und sehr positiv. Deshalb habe ich ja auch hier immer diese gleitenden Durchschnitte eingezeichnet. Es ist einfach so eine Orientierungsmarke. Solange der Markt oberhalb dieser Durchschnitte verläuft und hier auch im Wochenchart, solange das alles sich oberhalb abspielt, ist eigentlich kein großes Bedenken angesagt. Man darf das vielleicht nicht zu sehr im Detail jeden Tag über bewerten. Ja, also der DAX hält sich nach wie vor recht stabil, das haben wir gesehen. Dabei, wenn man ein bisschen in die Einzelwerte reinschaut, gibt es da ja schon große Differenzen. Also gerade die deutschen Autobauer, die hat es ja wirklich hart getroffen in den vergangenen Wochen. Jetzt auch noch mit den Zöllen auf die China-Autos. Da wird sicher auch noch das letzte Wort nicht besprochen sein. Um mal in die andere Richtung zu schauen, ein Wert, der vielleicht sich besonders positiv entwickelt hat, da sticht vor allem das büroschen Schwergewicht SAP hervor. Den Chart hast du uns auch mitgebracht. Da schauen wir vielleicht als erstes in den Wochenchart hinein. Da sieht man wirklich einen massiven Aufwärtstrend in der Aktie, die sich ja im Prinzip mehr als vor zweieinhalbfacht etwa hat von diesen Tiefs. Und das ist deshalb bedeutsam, weil die SAP mit fast 15% inzwischen Indexgewicht wirklich das DAX-Schwergewicht ist. Also man kann sich bei diesem Trend vorstellen, wie der DAX aussähe ohne SAP. Und dann wäre es eben nicht ansatzweise so positiv. Und insofern, wenn man eine DAX-Prognose macht oder sich den DAX genauer anschauen will, dann sollte man immer auch einen Blick auf diese Index-Schwergewichte, in dem Fall eben die SAP, allen voranwerfen. Dann ist die Telekom, das ist eines der Index-Schwergewichte, die ein eher ruhigeres Geschäft hat. Aber was in der Wahrnehmung halt immer sehr dominant ist, weil es eben auch viel in den Schlagzeilen ist, das ist derzeit die deutsche Autoindustrie. Die ist ja auch gar nicht glücklich mit diesen Zölden, weil natürlich klar ist, dass da irgendeine Vergeltungsmaßnahme kommt. Also das ist dieses klassische Tit-for-Tit-Spiel. Haust du meine Tante, hau ich deine Tante. Und das ist für eine Exportnation natürlich und gerade der Autosektor ist der Exportsektor schlechthin in der deutschen Wirtschaft, ist das natürlich sehr unerfreulich. Aber von der Gewichtung her ist die Autoindustrie insgesamt nicht höher gewichtet als die SAP, wenn man die großen Hersteller einfach nur mal anschaut. Also SAP, wie man sieht, ganz klar das Zugpferd im DAX. Jetzt schauen wir doch mal rüber in die USA auf die großen US-Indizes. Also in der letzten Woche haben wir die Arbeitsmarktdaten, die sehr positiv ausgefallen sind, gesehen. Ja und seitdem scheint so ein bisschen das Thema Rezession erst mal vom Tisch zu sein. Jetzt stehen in wenigen Wochen natürlich die Präsidentschaftswahlen vor der Wahl. Das ist auch für die Aktienmärkte immer doch ein spannendes Event. Wie sieht es denn jetzt im Vorfeld aus? Ja, wie du sagst, die Wahl im November ist das Ereignis und jetzt auch der Wahlkampf ist in seiner heißen Phase. Es ist jetzt noch ein Monat und es ist ganz interessant zu sehen, wie sich die Indizes, die unterschiedlichen Indizes, die ja jeweils ein Segment des Marktes verkörpern, unterschiedlich entwickeln. Ich würde das einfach mal schnell durchdeklinieren, beginnend mit dem Standard & Poor's 500, der auch im Prinzip der positivste ist. Das ist der Blue Chip Index. Das ist praktisch der Amerika-Index der größten US-Firmen. Und der hat ein Alzeatur erreicht. Man sieht hier auch, also das hat er hier erreicht. Er hat dann korrigiert. Und hier sieht man schon am Ende diese positiven Arbeitsmarktdaten. Das war der Freitag. Und das Ganze spielt sich oberhalb eines Ausbruchniveaus ab. Das erinnert so ein bisschen an das, was man beim DAX gesehen hat. Auch so ein bisschen Richtung Retest. Und sehr positiv der Retest. Nicht einmal mehr in die Nähe dieser Ausbruchslinie kommt. Eher auf dem Niveau dieses Hochs ist das Pression. Also das darf man auch nicht alles so mit dem Millimeterpapier anschauen. Die Aussage ist hier eigentlich, dass der Index nach wie vor stark ist. Das sieht man auch hier im Wochenchart. Die gleitenden Durchschnitte sind alle wunderbar sortiert unter dem Index. Steigen alle auf, sind alle blau. Also in so einer Phase ist einfach die Aufwärtsrichtung die Begünstigte. Weil wir natürlich das Ganze mit den US-Präsidentschaftswahlen ja auch verbunden haben. Was müsste denn passieren, sage ich mal, um diesen starken Aufwärtstrend zu brechen? Ja, im Prinzip, nachdem dieser Index die amerikanische Großindustrie und die Großunternehmen repräsentiert wie kein anderer, müsste eine Aussicht auf eine Politik kommen, die nicht wirtschaftsfreundlich ist. Also in klassischer Weise Steuererhöhungen. Wenn Steuererhöhungen oder wenn das Thema Großunternehmen müssen einen höheren Beitrag leisten, so das berühmte Stichwort, die starken Schultern, dann sollte das gerade die Blue Chips stärker belasten. Aber das sieht man im Moment nicht. Also der Markt hat vor solchen Maßnahmen im Moment keine Angst. Okay, also in wenigen Wochen sind wir schlauer, was die US-Präsidentschaftswahl da wirklich bringen wird. Der S&P, den scheint aktuell zumindest erstmal nichts aus der Ruhe bringen zu können. Wie sieht es denn in den anderen wichtigen US-Indizes aus? Ja, der Index, der im Prinzip am meisten immer referenziert wird, wenn es um die USA geht, das ist in den letzten Jahren der Nasdaq oder Nasdaq 100 als der Blue Chip-Index der Technologieaktien. Und man sieht hier, wenn man zunächst mal in den Wochenchart schaut, auch diesen ganz eindeutigen Aufwärtstrend, der zwar immer mal wieder durch solche Korrekturphasen unterbrochen wird, aber letztlich immer wieder aufgenommen werden konnte. Natürlich, auch so ein Aufwärtstrend wird nicht ewig. Und diese Verletzung hier, die war schon massiver. Das hat dann auch mal an dieser Linie, an dieser Trendlinie gekratzt. Aber letztlich hat er sich da auch wieder überzeugend von lösen können. Und man sieht es im Tageschart, wenn wir hier rüberschauen, dann sieht man hier, dass hier wesentlich mehr Strecke überwunden wurde, als im Stunnenpurs 500. Also das ist ein wesentlich stärkerer Aufwärtstrend. Und entsprechend ist hier im Tageschart auch die Korrektur stärker ausgefallen. Und man sieht das an diesem Winkel von dieser Abwärtslinie, der etwas steiler ist als im S&P. Aber auch hier hat sich der Index zuletzt lösen können. Also sowohl von diesem Ausbruchsniveau, als auch von dieser Spitze. Da kann man sagen, naja gut, das ist eher positiv. Es sind steigende Hochs, es sind steigende Tiefs. Allerdings liegt der Index noch unter dem Allzeithoch. Das ist im S&P anders. Also da liegt er zwar hier minimal unter dem Allzeithoch der letzten Woche, aber dieses massive Allzeithoch, was hier im Juli gemacht wurde, das ist im Nasdaq noch nicht überwunden worden. Das zeigt schon ein bisschen, das große Geld sucht im Moment nicht so sehr in der Technologie den Hafen, den Anlagehafen, sondern eher in den Blue Chips. Und der dritte, du hast ihn ja schon angesprochen, ist der Marktbreiteindex. Und was hier unmittelbar auffällt, der sieht so völlig anders aus als die anderen beiden. Also es ist im Prinzip, die Marktbreite ist lange, lange vernachlässigt worden. Und dann kam gerade auch im Juli so ein sehr überraschender, starker Move, oder so ein starker Aufschwung, der dann auch hier erst einmal aus dieser, man kann das durchaus so eine Art Bodenbildung nennen oder darin sehen, das wurde erst einmal auch sehr überzeugend gebrochen. Und dann ist etwas passiert, das ist alles wieder aufgegeben worden. Also das ist nach relativ kurzer Zeit in sich zusammengebrochen. Also diese kleinen Werte haben es wirklich schwer. Und ich glaube auch, dass sich viele Fondsmanager mittlerweile in diesen kleinen Werten auch nicht so gerne tummeln, weil es ist erstens mal viel Research-Arbeit. Und wenn tatsächlich die Musik nicht in diesem Index spielt, macht es wenig Sinn, sich mit dieser Research-Arbeit so intensiv zu befassen, weil ich ja hier von Hause aus eine schlechtere Basiswahrscheinlichkeit habe, weil der Index einfach nicht die Performance hat, die die anderen Indizes haben. Und man sieht auch hier zuletzt, dass es nicht so positiv vorbei geht, noch nicht die Berechnung vom Freitag drin ist. Der Russell hängt da immer ein bisschen hinterher. Aber der wird auch am Freitag gestiegen sein. Aber insgesamt ist das Chartbild eindeutig schwächer. Immer noch. Okay, sehr interessant zu sehen. Also der große Unterschied zwischen den Small- und Mid-Caps im Russell 2000 und den Blue-Chips im Nasdaq. Auch mal schön aus der Chart-Testition-Perspektive das zu sehen. Lass uns vielleicht noch kurz ans andere Ende der Welt schauen nach Japan. Da tut sich ja auch aktuell einiges. Da steht auch ein Regierungswechsel kurz bevor. Und das treibt unter anderem den Wechselkurs des Yen nach oben. Wie entwickelt sich denn dieser Chart? Ja, Japan hat ja das Thema mit dem neuen Regierungschef, der Ischiba, der jetzt ja schon Premierminister ist, aber Neuwahlen ausgerufen hat. Das heißt, in knapp einem Monat wird dort gewählt. Und dann wird diese Regierung vermutlich bestätigt, weil seine Partei, die LDP, ich meine seit 60 Jahren regiert. Also das ist nicht zu erwarten, dass es über die Wahl zu einem Wechsel kommt. Also muss man sich mit dieser Person des neuen Privies beschäftigen. Und der galt ja als Hardliner und als Falke, was die Zinspolitik anbetrifft. Und war damit auch im Prinzip auf einer Linie mit der Notenbank. Wobei Hardliner und Falke in japanischen Verhältnissen bewegen wir uns da immer noch im Nullkomma-irgendwas-Bereich. Also das ist nicht zu vergleichen mit den Hardlinen in der FED, die sehr unbeschwert aufspielen, wenn sie der Meinung sind, dass auf die Bremse getreten werden muss, dann bründelt es auch. Und man sieht hier diese Ischiba-Wahl, die also durch das Parlament erfolgte, wo er zum Premierminister dann wurde. Da hatte man dann schon befürchtet, weil er im Vorfeld eben sehr hawkisch gesprochen hat, dass der Yen praktisch weiter steigen wird oder die Zinsen weiter hoch bleiben werden oder noch weiter steigen, wo der Yen damit unterstützt wird. Und sobald er dann das Amt hatte, sind die Äußerungen sehr viel doofischer, also taubenhafter geworden. Und das hat seine Wirkung auch nicht versielt auf den Yen-Wechselpurs, weil im Prinzip Lizenzangst dasjenige ist, was die Marktteilnehmer aus dem Jerry-Trade herausgetrieben hat. Wenn sich diese Ängste jetzt etwas verflüchtigen, dann fällt auch etwas oder ein wesentliches Argument für die Yen-Stärke erstmal weg. Also vielleicht ist der Ischiba tatsächlich so ein Fall für den alten Spruch, auch wem der liebe Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand daran. Das zweifelt man ja manchmal. Zumindest hat er sich offenbar in die realen Verhältnisse sehr viel schneller eingefügt, als es in seinen eher theoretischen Ansichten vorher der Fall war. Okay, also sehr spannend. Ein überraschender Kurswechsel, plötzlicher Kurswechsel, der da wohl stattgefunden hat. Ein Sinneswandel beim neuen japanischen Premierminister. Jetzt haben wir, Ralf, schon über Währungen gesprochen, Indizes, Einzelwerte, fehlen eigentlich nur noch die Rohstoffe, glaube ich. Und da sind ja besonders gefragt, oder besonders in den Diskussionen zuletzt gewesen, die sicheren Häfen. Gold immer wieder nah am Rekordhoch und hat eine wahnsinnige Rallye schon hinter sich gebracht in diesem Jahr. Wollen wir mal auf den kleinen Bruder von Gold, nämlich Silber, schauen. Auch da tut sich einiges. Ja, Silber stand zuletzt ja wirklich im Schatten des Goldes. Es ist zwar auch gestiegen, aber es ist im Gegensatz zum Gold noch weit von seinem Allzeithoch entfernt. Das Allzeithoch oder die Allzeithoch sind im Prinzip zwei einsame Spitzen. Die eine stammt aus dem Jahr 1980, jeweils im Bereich von ziemlich genau 50 US-Dollar. Das ist nicht nur so eine magische, wunde Marke, sondern eben auch ein Umkehrpunkt aus der Vergangenheit, vor dem das Silber dann auch in dem Aufruf der 2010er Jahre Respekt hat und dort erneut abgeprallt ist und dann ziemlich tief abgestürzt ist und jetzt tatsächlich auch in einem Aufwärtstrend ist. Man sieht das hier im Wochenchart auch schön, dass wir da richtige schöne Impulse nach oben hatten und dann diese klassische Flaggenkorrektur. Und die sieht in der Rückschau oft sehr viel besser aus, als sie dann manchmal ist. Und wenn sie sich nach oben auflöst, dann sagt man, ja klar, das war eine Flagge, da wird der Aufwärtstrend, der vorher war, wieder aufgenommen. Das ist ja eigentlich eine sichere Sache. Und ganz so einschalt ist es nicht. Ich habe hier die Flagge mal eingezeichnet, grün. Und hier im Tagesschart sieht man es auch noch. Und was man im Tagesschart etwas deutlicher sieht, ist dieser Hochpunkt der Flagge. Das ist ja tatsächlich auch ein sehr markanter Hochpunkt. Der höchste Punkt seit mehreren Jahren. Und vor dem hat der Markt oder die Marktteilnehmer jetzt doch ein bisschen Respekt bekommen, gerade weil zuletzt auch ein bisschen der Rückenwind von der Goldseite gefehlt hat. Also entscheidend wird sein, dass man hier überzeugend durchbricht. Dann ist aber der Weg nach oben wirklich, denke ich, frei für etliche Dollar-Kursgewinne. Und da sind die Silberbohlen sowieso überzeugt davon. Ich gehöre ja auch hier dazu. Aber im Moment ist es noch nicht so weit. Also idealerweise, dann wird es natürlich teurer. Sollte man schon abwarten, bis solche Signale auch tatsächlich erfolgt sind. Weil sonst ist man hier so mittendrin. Und hat vielleicht sogar in dem Bereich gekauft. Und stellt dann fest, dass die Sache erstmal wieder in sich zusammengefahren ist. Und man eigentlich so einem Fehlsignal aufgesessen ist. Okay, sehr interessant. Also nicht nur bei Gold, auch bei Silber gibt es offensichtlich charttechnisch einiges zu sehen aktuell. Das waren sie mal wieder, Ralf. Die wichtigsten Charts der Woche mit dir. Aus allen wirklich Asset-Klassen haben wir es ja diese Woche geschafft. Hat mich sehr gefreut, sehr spannend. Vielleicht sind nächste Woche auch mal wieder ein paar mehr Einzelwerte dabei. Es ist ja immerhin die Earnings-Season, die vor der Tür steht. Die Sorge dürfte ja auch wieder einiges an Bewegung reinbringen. Ich freue mich schon. Ich danke dir erstmal für deine Analyse und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Und dann mit vielen Einzelaktien aus der Earnings-Season.